Der Buddha reist durchs Land Der Reliquientempel des Herrn des Schildberges liegt im Bezirk von Hoth bei Chiang Mai. Es ist einer unserer bedeutendsten Wallfahrtsorte. Die Geschichte seiner Herkunft lautet so. Einstmals zog der Buddha durch das Land der Millionenfelder, um Pagoden einzuweihen. Er folgte dem Fluss Jom hinauf und dem Fluss Raming hinab und gelangte so zum Berge Ujapapata, dem hohen Napf. Dort hielt er her an, um sich auszuruhen von der Reise. Er wusch sich das Antlitz und reinigte sich die Zähne. Aber bald schon brach er wieder auf, einem weiteren Fluss zu folgend. Da begegneten ihm zwei Diener des Fürsten Saint-Ton, des hunderttausendfach goldenen. Die beiden Jünglinge verkündeten ihrem Herrn, was sie gesehen. König Saint-Ton freute sich sehr über die Nachricht. Er nahm seinen goldenen Schirm, ging, um den Buddha mit dem Schirm in der Hand zu schützen. Dafür schenkte ihm der Buddha eine Hauptstadtreligie und weissagte, dass der Berg Ujapapata den Namen Schirmberg erhalten werde, zum Zeichen, dass König Saint-Ton bei diesem Berge seinen goldenen Schirm genommen und den Buddha damit zu beschützen. Dann kehrte der Herr in sein Tempel zurück. 318 Jahre nachdem der Buddha ins Nirvana eingegangen war, gab es einen König namens Ahsoka, der Gesetzestreue. Er verwaltete die königlichen Schätze in der Stadt Patalibut. Der König besaß eine tiefe Gläubigkeit in der Religion des Buddha. Eine große Versammlung der Schriftgelehrten rief er ein und befahl den Mönchen, ihren Glauben in den verschiedenen Ländern zu verbreiten. Dazu übergab er ihnen Reliquien des Buddha, die sie mitnehmen sollten in jene Länder. Auch der Mönch, der den Auftrag erhalten hatte, im Gebiet der Millionenfelder den Glauben des Buddha einzuführen, erhebte die königliche Stiftung mehrerer Reliquien, die er in den kleinen Dörfern und großen Städten allüberall verteilen sollte, folgend der Weissagung des Buddha. Wenn er zum Ujapapata-Berge, dem Schilberge, kommen würde, sollte der Mönch an der Flussmündung im Süden anhalten. König Asok übergab ihm eine goldene Urne, drei Ellenbreit, und das Abbild des schlafenden Buddha, sieben Ellen lang, sowie drei sitzende Buddhas je drei Ellen hoch und 500 kleinere Buddha-Standbilder aus Kristall, Silber, Gold, Bronze oder Holz. Auch heilige Schriften, lieben Kisten, gab er ihm und einen Gong, dessen Mund zweiklafter breit war, sowie allerlei andere Gegenstände zum Gottesdienst. Dies alles stiftete König Asoka. Als der König mit der Übergabe der Heiligtümer fertig war, befahl ihm Pra-in, eine Lampe zu gießen für den Mund jener Bergeshöhlung, in der die Hauptstadt-Relikie des Buddha ihren Sitz hatte. Pra-inweis sagte, in späteren Jahren werde ein Bemahner dort des Weges kommen, ein Mann, der Rauschwasser zu trinken liebt. Eines Tages werde er ihm das Zubrot zum Rauschdrang fehlen. Er werde dann sein Netz über die Schultern schlingen und zum Ufer des Flusses Ping kommen. Den Fluss entlang werde er nach Norden wandern und so zu jenes baches Mündung gelangen. Dann werde er den Schein der Lampe erblicken und näher treten, um zu sehen, was für ein Feuer das sei. So werde er die Rege des Herren erblicken. Den Glauben werde er empfangen. Er werde sein Netz verbrennen und in irgendein Mund Krug für das Rauschwasser zerschlagen. Auf der Stelle werde er zum Einsiedler werden und die Gesetze halten. In seiner Todesstunde werde er die Höhlung mit einem Stück Tuch verschließen. Wenn später jemand komme, um die Relikie zu sehen, so werde der Geist des Einsiedlers als die Gestalt eines Mönches annehmen. Mit hässlich verzogenem Munde und zerrissenem altem Gewand, befleckt von Betelspeichel, werde er die Höhle umschleichen und manchmal seine Schatten sehen lassen. Oder oft auch nicht, so dass jeder Mann, der ihn sehen werde, wissen müsse, dieser Mönch ist in Wirklichkeit ein Geist. Wer auch immer eintreten wolle, um den Heiligen der Relikie anzubeten, der müsse mit dem Mönch gehen. Der Mönch werde ihn führen und hernach unsichtbar werden. Und einmal werde ein Mönch vom Walde Himapan herüberkommen, in Jallotevalaki mit Namen. Der werde die Relikie vom Schwimberg fortan beschützen, bis die 5000 Regenzeiten verflossen. Das ist ein Mönch.